servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen folge landwirtschaftssimulator 22 wir spielen die map zielonka und zwar das projekt der krautschlegel weil wir natürlich hauptsächlich mit früchten arbeiten die unter der erde wachsen und geerntet werden so ich bin gerade hier mit unserem johnny unterwegs und wir bringen die erste fuhr sonnenblumen auf unseren hof in unser silo und wenn ich danach wieder zurückgefahren bin dann zeige ich euch kurz was wir heute noch alles machen werden beziehungsweise überraschung überraschung ich habe dann doch noch was gekauft so aber jetzt damit erstmal wieder zurück zum feld zu unserem topliner der unterwegs ist und für uns sonnenblumen erntet nachdem ich ja jetzt dann doch mit dem topliner zum händler gefahren bin und der das gebiss geholt habe denn ihr wisst ja das war jetzt dann doch ja nicht gut überlegt von mir mit dem schneidwerk wagen weil das hätte nicht funktioniert ansonsten an der stelle möchte ich mich wieder mal recht herzlich bei allen bedanken die meinen kanal unterstützen mit einem abo oder mit kommentaren und einem däumchen recht herzlichen dank dafür so wir bringen hier den fendt erstmal den fendt den johnny und jetzt habe ich mich tatsächlich verplappert denn der fendt steht hier das ist das was ich euch sagen wollte ich habe nämlich dann jetzt doch hier gebraucht den favorit 514c gekauft ich habe auch hier gleich die zapfwelle hin und den frontlader und dann haben wir nämlich damit einen schönen kleinen traktor für weniger als 50.000 für unseren hof ich denke da passt da ganz ganz gut hin finde ich wirklich schick 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 und dazu eben ein fendt gewicht was ich noch dazu machen wollte eigentlich und wir müssen uns ein bisschen gedanken machen wie wir dann natürlich auch das gras für unsere schafe einsammeln ist ein ladewagen ich würde nämlich dann gar nicht ganz groß machen denn wir werden am anfang jetzt denke ich mal die graswirtschaft eher klein halten dann neben mir nehme ich hier den ganz normalen kleinen pöttinger der tut's für unser kleines grasfeld den würde ich jetzt erstmal kaufen so weil der tut's immer und dazu dann ein schneidwerk und zwar nur front aber ich will schon mal gucken dass das eigentlich einer ist der schwad ablage hat soll heißen lasst mich mal drei meter eins ist jetzt auch nicht verkehrt ja das ist mir alles zu viel von der ps her das auch nicht also ich weiß nicht wir kommen einfach immer mit dem pöttinger am besten zurecht so und der müsste doch eigentlich die schwad ablage haben weil der hat ja natürlich klar der hat hinten auch die schwad kostet ja auch 75 natürlich so also dann nehme ich den dann sind wir wieder voll ausgestattet und das müsste eigentlich so funktionieren wie ich mir das doch denke das gewicht lassen wir erstmal hier das brauchen wir nicht das können wir dann das nächste mal mitnehmen so na das müsste doch funktionieren so dann machen wir nämlich wie gesagt gleich die schwad und sammeln die dann nämlich auf so und hier übrigens da steht unser grimme se 85 55 den ich gekauft habe sogar mit dach hier und das gerät wie schon sagte funktioniert so dass das zum aufnehmen der kartoffel schwad ist die wir nämlich vorher ablegen auf dem feld und das können wir natürlich dann auch wunderbar mit ihm hier machen weil ich schaue mal ganz kurz rein hier in die kartoffel technik so und zwar das ist das hier drüben zum beispiel da brauchen wir 150 aber ja mal 72 ps 1 meter 50 ja das eben auch und das hier legt nämlich eine schwad ab und kann eben dann mit dem 85 55 benutzt werden und wir brauchen keine vorabschneider also das heißt wir können hier mit dem kraut zusammen das dann praktisch aus dem boden heraus holen vorbauschneider so ist es richtig gesagt also das ist die idee die dann dahinter steckt und das ist alles überschaubar auch vom geld her ja und so würde ich dann sagen werden wir dann in die kartoffelernte dann später dann auch einsteigen aber zuvor müssen wir sie natürlich erstmal aussehen und das ist eine sämaschine mit mechanischer bearbeitung und das immer bei 60 ps das sind 1 meter 50 auch das sind 1 meter 50 und das wäre wieder eine erntemaschine also da müssen wir noch ein bisschen im detail schauen weil so eine große hier die braucht dann doch ordentlich ps hier da werden wir mit unserem fendt nicht zurecht kommen aber für das was wir hier eigentlich machen wollen auf jeden fall das richtige maschinen der fanfavorit 514c so ups jetzt habe ich gar nicht geguckt ups kommt da was ne da kommt nichts so das ist jetzt so sage ich mal das minimal gespann um eben dann auch gras für unsere schafe aufzunehmen und jetzt haben wir noch 200.000 übrig und da müssen wir mal schauen wie wir dann übers jahr kommen denn wenn wir dann noch tatsächlich in die zuckerrüben einsteigen wollen da wird auf jeden fall die erntemaschine deutlich teurer aber unser hauptaugenmerk soll natürlich jetzt erstmal auf die neuen auf den neuen feldfrüchten sein und auf die kartoffelaussaat denn ich habe es in der letzten folge schon gesagt ich liebe euglen natürlich mit der suppenfabrik und dann können wir nämlich kartoffelsuppe herstellen mit den kartoffeln werden wir jetzt bei zuckerrüben ja ja nicht allzu viel so machen können natürlich gibt es dann die entsprechende fabrik die zuckerfabrik aber in erster linie glaube ich können wir mit den kartoffeln ein bisschen mehr anfangen es wird spannender weil es gibt auch die möglichkeit kartoffelchips herzustellen so jetzt überlege ich nur sollen wir tatsächlich jetzt schon mal spaßeshalber ernten wir haben november november ach es ist ja erntereif natürlich klar logisch da können wir auf jeden fall später loslegen aber ich glaube wir müssen jetzt unseren ja der fiat der ist unterwegs und tut hier das feldgrubbern beziehungsweise pflügen denn wir müssen die felder alle pflüchen 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 fahren wir jetzt so rum das ist eigentlich eher kops wie gesprungen naja wir fahren doch so rum sieht irgendwie doch näher aus so denn wir müssen auch noch feldarbeit machen und unsere felder vorbereiten für das nächste jahr und dazu werden die gepflügt und da bin ich dann auch schon wieder beim nächsten thema denn wer zum beispiel ja auch unsere wunderschöne alpenmap verfolgt der hat ja gesehen dass ich ja ein bisschen sorge habe was die bodenbearbeitung angeht also die umweltbewertung ist hier ein thema in neumini brunnen da habe ich nämlich ein bisschen schwierigkeit mit der bodenbearbeitung weil wir kommen da einfach nicht ich sag mal über den halben wert hinaus und irgendwie halt dann nicht auf die volle punktzahl und 15 prozent ertragsbonus so wie wir es zum beispiel auf unserem big farm projekt haben hier ein neubart will sagen da komischerweise ist es gar kein problem da haben wir die besten werte so ich will mal ups ich will mal hier raus dann schauen wir hier nochmal was wir hier haben ja da müssen wir noch einiges tun auf jeden fall okay dann schauen wir jetzt mal doch hier war ich richtig wir schauen mal precision farming umweltbewertung 57 so hier haben wir jetzt gepflügt bodenbearbeitung und interessanterweise haben wir hier schon gekalkt und hier haben wir jetzt gerade mal geerntet und gepflügt und haben 76 in summe sind wir jetzt bei zwei prozent umweltbewertung zwei prozent steigt steigert es also unseren verkaufspreis 76 hier haben wir 49 okay und das ist das nächste Feld was wir jetzt ernten werden hier sind noch sonnenblumen drauf und das Feld hier oben habe ich auch noch gekauft da haben wir nochmal soja da habe ich mittlerweile auch schon das schneidwerk umgesetzt und ihr seht es gibt also jede menge zu tun und deswegen glücklicherweise auch schon einen dritten schlepper gut aber wie gesagt das müssen wir ein bisschen im auge behalten wir sehen es auch hier schon wieder unten der unterste wert ist die bodenbearbeitung und da sind wir auf nur auf dem halben balken ja also da bin ich mal gespannt wie sich das hier entwickelt oder ob wir hier genauso hängen wie halt eben in neu mini brunnen so ich würde sagen wir gehen direkt in den drescher tanken ab ne quatsch wir müssen ja gar nicht abtanken wir bleiben ja bei soja äh quatsch bei ähm sonnenblumen so ist richtig weil dieses Feld gehört uns ja auch noch und äh da werden wir jetzt auch erst mal ernten gut sehr schön sehr schön sehr schön das klappt ja und äh und äh dann werden wir nämlich auch noch unser Grasfeld machen und dann sollte es eigentlich auch für die Schafe alles im grünen Bereich sein so dass wir äh Wolle machen können so und dann können wir nämlich auch noch kalken jup also die Felder müssen alle äh gepflügt werden so jetzt schauen wir mal ob der Helfer hier ohne Probleme am Zaun entlang kommt ups wackelt aber ganz schön das Gerät so 57 so jup er pflügt wunderbar und dann können wir hier mit ihm ja erstmal umsetzen mit dem John und den sozusagen erstmal vom Feld bringen damit dann der Fiat in Ruhe pflügen kann und wir können uns dann schon mal ein bisschen ans Mähen wagen so jetzt überlege ich gerade na stopp mal aha oh also er hat jetzt aufgehört okay da gibt es dann doch ein bisschen Probleme wohl mit dem Helfer aber kein Problem für uns dann übernehmen wir mal hier müssen mal gucken wie wir hier ah ja da bleiben wir ein bisschen am Zaun hängen so dann setzen wir einmal zurück dann setzen wir einmal zurück und dann werden wir eben von der anderen Seite anfangen das Feld hier zu ernten so dann schauen wir mal auch ganz kurz in die Produktion ob wir da noch rote Bäder am Start haben und produzieren unsere Konservenfabrik soll ja nicht leer laufen deswegen ja auch dann der Plan dass wir natürlich nicht zur selben Zeit alles aussäen so wir schauen mal kurz rein so wir schauen mal kurz rein denn man sieht ja dass man im Prinzip drei Monate Zeit hat um die neuen Früchte auszusehen jetzt gucke ich gerade mal wie es bei Kartoffeln aussieht Kartoffeln gehen gleich mal im März raus und Zuckerrüben wäre genau das gleiche während April bis Juni und Karotten können wir sogar noch im Juli also das heißt wir werden da schön zeitlich versetzt immer irgendeine Bahn machen irgendeine Frucht sodass wir also dann über den August Kartoffeln sind dann im August Zuckerrüben im Oktober das heißt August bis November haben wir dann vier Monate Zeit zum Ernten und somit immer Material für unsere Fabriken für unsere Produktionen so wie sieht es aus rote Bäder ist noch jede Menge da sehr gut sehr gut sehr schön so schafft er es er schafft es wunderbar gut dann kümmern wir uns jetzt mal hier ein bisschen um unser Grasfeld so Silage war ja übrigens auch ein bisschen der Plan jetzt müssen wir mal schauen nee gell das da gibt es jetzt kein nee okay also dann werden wir hier mal ablassen und das auch und dann schauen wir mal ob er das packt ja muss schon ein bisschen Schwung holen so so dann fahren wir mal hier langsam um die Kurve ja das wird er vermutlich nicht mehr aufnehmen die Frage ist nur kann dann auch hier der Helfer arbeiten da bin ich mal gespannt so dann machen wir das jetzt folgendermaßen so hinten auch okay ja der Fendt hat hier schon zu arbeiten merkt man schon okay so ja gedüngt haben wir das Feld glaube ich gar nicht das müssen wir dann auch mal bei Gelegenheit tun ist natürlich klar nee jetzt hat er hinten gar nicht das Ding runtergelassen jetzt muss ich mal gucken ist denn hier Fruchtzerstörung nein hier ist keine okay da können wir also durch die Wiese fahren ohne Probleme so dann mal kurz so rückwärts so komm schon spring so jetzt vorne wieder herunterlassen dann fahren wir mal hier ein bisschen weiter rechts und jetzt ist natürlich die Frage wenn wir jetzt hier den Helfer losschicken so diesmal nimmt er hinten auf gleich das passt in 17 kmh gar nicht mal so schlecht die Frage wird natürlich sein wie jetzt am Ende des Feldes er hier arbeitet ah ja der tut hinten gar nicht im Ladewagen hochfahren okay jep können wir den Helfer schicken oder nicht ja das passt schon glaube ich also wir müssen ja nicht wirklich jeden Meter hier aufnehmen für unsere Schafe wir schauen mal ganz kurz rein wie es den Tieren geht Gesamtkapazität 13.000 okay Wasser haben wir genügend drin Wolle produzieren sie die Gesundheit ist bei 100% und sie werden sich auch bei Gelegenheit vermehren und ich glaube 80 Schafe passen rein okay jetzt ist gerade ein bisschen blöde können wir dich alleine lassen wir schauen einfach mal später was der Fendt macht so wo sind wir denn in der Zwischenzeit mit unserem oh ja ihn müssen wir abtanken da sehe ich es gerade da sehe ich es gerade dass wir ihn abtanken müssen sehr gut so da diese Multifruchteinkaufsstation die habe ich mir dann auch noch gegönnt das macht es natürlich auch ein bisschen sag mal was ist denn hier warum springt denn der immer hier wie wild ja guckst du dir an da ist eine richtige Wulst ach das ist bestimmt hier vom Hof hier von dem Gedönsen hier von der Halle oder ja hier fällt es nicht so auf naja okay müssen wir vielleicht mal bei Gelegenheit ein bisschen einebnen ja also wenn wir natürlich kalken und so weiter dann will ich da nicht jedes Mal wieder zum Händler fahren das macht es uns dann auch ein bisschen leichter ist auch ein kleines bisschen günstiger natürlich im Einkauf das dürfen wir auch nicht vergessen und am Anfang auch wenn wir gut dastehen weil ich natürlich auch einiges an Sammelobjekten eingesammelt habe das habe ich euch glaube ich auch mal in der Folge erzählt dass es hier natürlich auf der Map 50 Äpfel gibt goldene Äpfel die man einsammeln kann und jeder Apfel bringt einem 5000 und als ich hier ein bisschen unterwegs war mit den Aufträgen mit den Nebenjobs und so weiter und dann bin ich ein bisschen an die ja wie man es halt kennt natürlich an die Produktionen an die Silos an die Verkaufsstellen weil dort in der Regel immer irgendwo dann so ein Sammelobjekt ist da habe ich ein paar eingesammelt ich glaube so 12, 13 Stück oder 14 hat auch ein bisschen Geld ins Portemonnaie gespült sodass wir dann auch hier ordentlich mit einem Fuhrpark eben anfangen können um hier auch ordentlich dann in die Produktion gehen zu können damit wir hier eben auch ein bisschen vorwärts kommen hier auf dieser Map in unserem Projekt der Krautschlegel so wie weit ist er denn? jo er macht hier wunderschön wunderschön mit dem tiefen Lockerer pflügt der das Feld schauen wir mal ob wir in der Zwischenzeit schon wieder was sehen ob sich was verändert hat 49 ok interessanterweise vorhin waren wir bei 2% Verkaufspreissteigerung jetzt sind wir wieder nur bei einem Prozent also aus irgendeinem Grund ist das Ganze schon wieder ein bisschen runtergegangen ich glaube hier oben oder war das nicht vorher bei 55 ok naja muss halt alles auch mal gedüngt werden so richtig gehen die Werte natürlich erst dann hoch wenn man einmal komplett im Prinzip mit dem Feld gearbeitet hat gekalkt hat gedüngt hat und natürlich auch Unkraut und alles bekämpft jo und dann gehen die Werte dann langsam aber sicher nach oben aber ich will nicht ins Negative weil sonst müssen wir noch Verzugszinsen oder Verkaufs äh Negativbeträge hier Strafzölle oder wie man es auch sonst nennen will bezahlen ok so 1% interessant interessant ok so also alle sind unterwegs alle sind hier kräftig am Arbeiten der Fiat Agri ist dabei so unser Topliner arbeitet dann haben wir hier unseren wunderschönen Fendt Favorit der unterwegs ist und da machen wir jetzt auch schnell mal ein Thumbnail Augenblick Augenblick so das machen wir weg das machen wir weg und er raucht und qualmt und macht und tut unser Fendt Favorit so Freunde das soll es für die heutige Folge wieder mal gewesen sein ihr seht es geht hier richtig ab und die Schwad nimmt er nicht mehr auf weil er voll ist ok den können wir also jetzt gleich mal wegbringen jup den können wir jetzt gleich mal wegbringen und unseren Schafen bringen so viel noch zum Abschluss dieser Folge ob das alles so wunderbar klappt wie ich mir das denke äh da müssen wir jetzt hier so rum oh ja wir müssen ein bisschen aufpassen wie wir hier dann auch rangieren oh ja da hat es ja schon jede Menge Wolle sehr gut so ja ist natürlich nicht allzu groß hier der Pöttinger ne ist klar das sollte auch reichen aber ist ja auch nicht das Problem dann fahr mal später nochmal rüber und sammeln so wir müssen natürlich hinten aktiv sein sonst wird der Trigger das Trigger das Entlade-Symbol nicht kommen so wie es jetzt eben der Fall ist so huch sehr schön also es klappt ich bedanke mich an der Stelle recht herzlich und denkt bitte daran falls ihr den Kanal ein bisschen unterstützen wollt dann gerne ein Abo dalassen ein Däumchen und schreibt mir doch bitte in die Kommentare wie ihr das Ganze hier doch im Moment so findet mit dem neuen Favorit 514C bei uns auf dem Hof so ich sage danke bis zum nächsten Mal hier wieder bei mir auf dem Kanal und wie immer verabschiede ich mich mit Tschüss, Ciao, Cheerio euer Baden Farmer und wie immer